Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pau2Craft und heute gibt es das zweite und letzte Weihnachtsvideo für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, ihr habt viele Geschenke bekommen und ich hoffe viel mehr, dass ihr jetzt noch ein weiteres Geschenk bekommt, denn ich verlose, wie jedes Jahr, 20€ Steamboot haben an meine Abonnenten. Ich möchte gar nicht lagen, da ist ein Breitum herumreden und direkt zur Sache kommen. Nochmal sorry, dass das Video heute ein bisschen kürzer ist, aber es ist einfach nur ein kleines Verlosungsvideo zu Weihnachten, denn ich möchte unbedingt was an euch zurückgeben, denn ihr habt einfach dieses Jahr mich so krass supportet. Über 400 Abonnenten haben wir dieses Jahr erreicht und ich hoffe, dass wir so weiter in die Zukunft streiten werden. Deswegen ist der Hashtag, um auch zu gewinnen, Hashtag 2020, weil wir 2020 richtig mit dem Kanal hier durchstarten wollen. Also, ihr habt Interesse an 20€ Steamboot haben, dann schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag 2020, stellt sich erst, dass ihr den Kanal abonniert habt. Viel wichtiger, ihr müsst auch noch das Video liken, okay, das kann ich zwar nicht überprüfen, das liken, aber ist mir trotzdem sehr nice. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, ihr mehr von mir sehen wollt, dann checkt unbedingt mal die Videos aus, die ich an der Endcard verlinke und auch rechts oben beim i. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnen, denkt dran, Hashtag 2020, Kanal abonnieren und wenn ihr möchtet auch noch liken. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Mitmachen. Die Gewinnchance ist deutlich höher, da wir nur 400 Leute sind, das heißt, es werden nicht so viele Leute mitmachen. Dann ist die Chance für euch, 1 zu 400 zu gewinnen. Desto mehr Kommentare ihr schreibt, desto höher ist natürlich auch eure Chance. Der Gewinner wird Anfang des übernächsten Videos verkündet. Euch noch schöne Feiertage, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Alles Rколь. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020